Was war denn jetzt? Elfmeter! Achso, nee. Doch. Echt jetzt? Elfmeter? Ey, das war eigentlich Elfmeter. Ja! Warum das denn? Warum Elfmeter? Es schneit? Es schneit hier beim DFB-Pokalfinale. Pokalfinale im Februar, oder was? Ist doch auch interessant. Ich wusste nicht, was es Schnee bei FIFA gibt. Elf, lauf! Hab ich. Warte, ich gritsche. Ach! Okay, Max. Ich bin quer. So, ich will ein paar Tore machen. Und ein paar Karten kassieren. Das ist deine Hauptaufgabe, ne? Das glaube ich dir auch. Tobi, bereit? Ja. Einen schaffst du. Los geht's! Okay, hab ich. Was war das denn? Wieso bin ich im Tor? Da muss der Ball hin. Und nicht in den Tor laufen. Oh. Das hab ich. Oh, wo ist mein... Da. Schön. Oh! Nochmal. Ups. Okay, falsche Taste. Kein Problem. Müssen wir nochmal üben. Ja. Okay. Oh, ich hoffe, ich krieg nachher noch eine Standardsituation. Hast du geübt, oder was? Ja. Ich hab auch geübt. Zwar FIFA 14, aber trotzdem. Fußball ist Fußball. Ja. Wohl Unterschiede sind schon. Hört sich ja keine Ahnung. Oh, komm. Was? Na, aber hallo. Ui. Spiel. Ich dachte schon, was läuft. Ich sitze hier auf einmal, aber... Sorry. Rägt nicht. Ist der... So blöd, den kann ich wohl nicht annehmen. Aber krieg schon kann er. Alter. Weiter. Oh! Meine... Pille, Palle, Pille, Palle. Soll das denn jetzt? Ja! Schön. Ach, scheiße. Nicht so schön. Gold! Na, komm. Ja, gelb. Gelb ist doch nicht schlimm. Gelb passt. Passt zu uns. Bayern ist hoch. Ja, Bayern kriegt rot. Ja! War nix. Ja! Das wird was! Ach ja? Pass auf. Und... Und dann noch abseits, oder? Oh, das darf nicht wahr sein. Götz ist ja noch... Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Ja. Socken 13, nicht 14. Ja. Ja. Passte. Ja, fast. Oder ich. Oh, schön. Oh, ho, 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 ho. Ah, verdammt. Den kriegen wir, den kriegen wir. Ein Steiger. Na, aber hallo. Oh, Mann, ey. Umf. Wanderlowski. Ah, nein! Oh, ich dachte, der unten läuft schräg, aber nein. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, Mann, ich kann kein Elfmeter. Oh, Mann, ich kann kein Elfmeter. Warum Elfmeter? Rechts, rechts oder links, rechts oder... Warte, links unten, links unten, links unten, links unten. Was macht der denn? Was ist das denn? Hey, wieso kann der sich denn hinpacken? Ja, es ist Schnee. Ja, ist das ein Idiot. Ich weiß nicht mal, warum Elfmeter und dann nutzt er diese riesen Chance nicht mal. Oh, Alter, jetzt wird gegrätscht. Mach. Jetzt werden wir aggro. Oh, scheiße. Torwart. 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 Ich sprinte nach vorne. Da bin ich schon, da bin ich schon. Gut. Danke. Ich bin immer noch da. Ja, wollte ich ja. Äh, komm. Ach. Ja. Haben wir. Schön. Jetzt werden sie aggressiv. Natürlich werden wir aggro. Das ist nur Tom, der... Wir fixen jetzt immer zu dem Spieler, der am... Oh, yes. Ja. Oh. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm, ich stehe in der Mitte. Was? Ja, fast. 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 Sauber. Komm. Wieso? Komm. Mann, ey. Ja. Kann mit dem Bayern nicht spielen. Darf doch nicht. Ich auch nicht. Da ist ja Ausreden hier. Allein der... Das hat schon wieder alle versorgt. Sagt der Richtige. Ecke, Ecke, Ecke. Nee. Nein, leider nicht. Schade. Eich nicht. Komm, zieh dich. Oh. Also... Also... Hier mit Schnee ist irgendwie kacke. Ja. Jetzt. Und ich krieg nicht mal den richtigen Spieler. Ups. Ja. Ja, kein Problem. Das kriegen wir ein Eck da. Ganz sicher... Oh. Das war verdammt. Na ja, na ja. Liegt am Schnee. Liegt am Schnee. Wir üben das. Wir kriegen's hin. Aber kretschen kann ich immer. Leucht. Tobi, Mensch. Glück, klassisch dich die. Mh. Tobi, bist du bereit? Tobi, bist du bereit? Ich zieh hier voll durch. Tschüss. Ach, scheiße. Dann muss ich mich anders bereitstellen. Ach. Okay. Okay. Nein, nicht okay. Ach. Doch, okay. Scheiße. Warte, warte. Ich lache den. Ja. Nein. Genau richtig. Ach, sorry. Das war nix. Das war nix. Jetzt. Hab ich es nicht. Oh, man. Ich brauch einen guten Spieler. Hier. Schön. Genau so. Was hat das denn, bittchen? Ultra brutale Kritsche. Ich. Ich. Zieh durch. Ich zieh durch. Ich hab das Gefühl, FIFA hat noch Seiten machen. Ja. Bis. Ja. Oh, ganz sauber. Ganz sauber. Scheiße. Schöne Sache. Was macht der denn da für ne Pose? Die ist aber, die wird aber nicht so gerne gesehen. Es geht doch. Jawohl. Was macht der denn da? Die kann, die kann Cooper den Tor machen. Der ist kaum größer als der Schlüsselanhänger. Oh, 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 oh. Ja. Na ja, gut. Ohne jemanden, ohne einen Dortmund-Fan anzugreifen. Das war natürlich nur Spaß. Ja. Kommt mir so klein noch vor. Also. Versuchen wir mal dagegen zu halten. Oh, schade. Achtung. Das Dribbling war nicht ganz so schlimm. Ach. Das war nix. Nochmal Ecke. Ja. Jetzt bist du rein. Hab ich. Nichts. Hab ich. Ja, komm, nochmal rein. Ja. Ach. Jetzt so wie. Ah. Ah. Oh, das. So, hier. Blau, blau, blau. Grätsche, Grätsche, Grätsche. Grätsche. Nein. Nein, komm, das ist aber kein Rot. Das ist kein Rot gewesen. Nee. Das ist ne Gelbware, mindestens. Das hab ich jetzt einkalkuliert, ne? Pass auf, irgendein erwischt er den falschen Schlüssel. Ich komm hin. Ja. Sehr gut. Irgendwie, Leute. Was ist denn? Wir hatten noch keinen einzigen Torstoß. Das kannst du eigentlich sagen. Zieh durch, zieh durch. Du bist. Ich kann auf Schnee nicht spielen. Du bist so ein Depp, Alter. Oh. Da unten gestanden, aber. Echt? Die durchzieht mich oder oben oben oben. Wird nichts. Oh. Das musst du erst mal hinkriegen. Alter Schwede. Vor allem, wie dreht der sich noch ins. Ja, ja. Wie dreht der sich bitte noch ins. Richtig geil. Komm. Weck's da. Besser halbzeit fertig. Unrealistisch. Das darf einfach alles nicht wahr sein. Ich glaube, Aluminium und ich sind beste Freunde geworden. Ja. Jetzt kann ich nichts trennen. Legt schon die Mitte. Ecke? Ja. Oder? So. Max. Lertig machen. Du schaust es. Ja, auf geht's. Hoch da. Ja. Schön. Kommt dann. Ja. Oben. Schön. Ach. Ja. Nein, nein. Jetzt pfeift er natürlich ab. Ja. Mach mal beim Torchießen. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Das war schön. Ja. Eins zu null. Da überlegen. Auf meinen Schüssen hier auch. Ballbesitz. Ballbesitz nicht, nee. Zwei gelbe, keine Verletzung. Fehlt nur noch eine rote, ne Tom? Schaff ich. Ja. Locker. Die roten sollen eine rote machen. Ja. Ja. Farbenteilung hier. Ich bin schon fast rassistisch. So, Jungs, jetzt mal. So, Max, komm. Okay, auf geht's. Ich mach mal offensiver hier bei uns. Ja, okay. Dann wird's interessant. So, jetzt gehen wir mal ein irgendwie mit einer gelben Karte, dann geht's schneller. Ja, nein. Sorry. Weiß du nicht. Hab ich. Hast du? Hab ich. Ja. Was denn? Oh, was, 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 was? Zeig du's. Oh, das ist ne gute Position. Ja. Okay. Ich hab zwar ne gute. Ich, 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 ich kann dir zuziehen. Ja, bitte? Ähm. Drüber. Letzter Spieler von links. Und dann in die Lücke zwischen den zwei Spielern von links. Probier's mal so. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ich kann dir das. Ja, ja, ja. Du hast ausgesehen. Ey, gut, die Chance wird's nochmal gehen. Weil Tom ist ja der Faule hier. Ja. Aber vorher mach ich das 2 zu 0. Ich bin unten. Ich bin nicht dagegen. Mann, warum legt er sich den Ball so weit vor? Ich hab doch gesagt, du machst nicht das 2 zu 0. Oh. Dann mach ich's halt. Nein. Ja, ich, ich mach dann das 3 zu 0. Ja. Komm, komm. Oh. Falsche Ecke. Hatschi. Ja, sehr schön. Ich hab's gefühlig. Oh nein, der Block. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Der blockt, der den mit dem Rücken ab. Äh. Nee. Also, ich muss sagen, für ein Finale ist das äußerst dürftig. Das ist doch kein... Vor allen Dingen im Schnee. Ja. Nicht sehr spannend. Aber dafür schönes Tor. Naja. Komm. Immerhin Platzverweis. Jetzt. Da, 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 da. Oh, schön gehalten. Oh, meine Güte. Komm, alles drückt. Ja. Achto. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich. Mein Willen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nein. Nein. Oh, nee. Tom hat den Willen zum Grätsch. Tom, weißt du eigentlich, wie das geht mit dem Ulti-Elfmeterschießen und so? Ja, ja, ja. Ich weiß ja alles. Ich hab keinen Plan, wie das geht. Komm. Was soll ich denn das? Ich kriege... Nein. Warte, warte. Das ist meiner. Ganz sauber. Ganz, ganz sauber. Ja. Wie immer. Ist ernsthaft. Alle Achtung, Tom. Wie immer. Der eine oder andere hätte eine Karte gezückt und du weißt, welche ich meine. Nein. 2-1. Nichts. Nein. Na gut. Kannst du den Spielstand nicht lesen oder was? Warte, 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 warte. Na, ja. Ja. Ui, schön gemacht. Ja, ich hab dich zu Tode gefummelt. Wuh. Komm. Ja. 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 Es geht doch. Geil. Ja. Diese Spannung. Na, endlich. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Jesus. So, jetzt kann es noch ein Finale hier werden. Genau. Nachlegen, nachlegen. Und jetzt schießt. Muck. Ja, yes. Jetzt haust du deine Tore. Nein, endlich. Wie viel zu Tore war das jetzt von Tore? Das dritte. Das war alles. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist aber die Vorbereitung war wirklich. Auf deinen Pass, ey. Super. Ja. Jetzt gibt's noch. Alle laufen hoch. Ohne Spaß. Was soll das denn? Was soll das denn? Okay. Nächster. Oh. Verzieh dich. Okay, Max. Wir geben nicht auf. Nein, werden wir doch nicht. Pass auf, wir spielen das jetzt schön runter. Oh. Alter. Komm, das kann man sich erlauben. Eine gelbe Karte. Ist doch nichts. Na gut. Wenn du meinst. Oh, Mann. Ach. Schön. Das war stark. Ach, schade. Ja, sauber. Das war wieder stark. Okay. Oh nein, nicht so weit nach außen. Ich hab' mir jetzt den zu weit nach außen gelegt. Scheiße. Der kann nichts. Oh. Ups. Genauso. Alter. Sehr gut, Tobi. Richtig. Abseits. War sowieso abseits, also. Das wäre faul, ey. Da kann man sich sowas erlauben. Nee, nee, das war vorher abseits. Aber wieso steht der da so faul? Ach, schade. Das ist unglaublich. Mom. Nein, ich wechsel mal falsch. Oh, oh. Oh, oh. Ja, Tobi. Oh, oh, oh. Hau drauf. Nein. Schön. Bisschen wir Spannungsorgen. Ich meine, das ist sonst viel zu einfach. Ach, schade. Ich bin auch für ein Provator. So, weiter geht's. Na, komm. Hau auf hier. Ja, kleine Erwarnung. Kleine Erwarnung. Ja. Ich bin nicht mehr. Das ist völlig klar. Ich finde den Schiedsrichter echt hammersympathisch. Ich denke. Ja. Kann mir jemand mal den Namen des Schiedsrichters raussuchen? Ab sofort nehmen wir den immer. Wir nehmen den immer. Der ist richtig geil drauf. Zehn Minuten noch. Oh Gott. Komm. Drei, zwei. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja. Schön. Schön. Ja. Ja. Nein. Doch, doch, doch. Nein. Schieß, schieß, schieß. Nein. Kommt das los. Oh, warum? Was macht der denn da? Hä? Oh. Hm. Na ja. Auf geht's. Wir machen jetzt noch zwei Tore mindestens. Hoch. Jetzt. Außen. Wir wollen Karten. Okay. Wir wollen Tore. Tut mir leid. Wir machen das jetzt auch mit auf die Ecke spielen. Oh. Was war das jetzt? Was? Absolut. Alter. Komm. Wohne. Ja. Ja. Oh, sehr schön gemacht. Sehr schön. Komm, Tobi. Komm, Tobi. Lupfer. Ja. 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 Es geht doch. Es geht doch. Es läuft. Unglaublich. Unglaublich. Alter. Ja. Jetzt ist es zu hart. Oh. Und wir hinten auch auf. nicht schön können. Okay. Oh. Schieb durch. Mann. Ja. 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 Komm. Bitte. 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 Oh. Der kleine Gelbe. Oh. Ach. So schön. Warum bist du eigentlich immer so geil drauf, wenn jemand einen Platzverband bekommt? Das war ganz sicher, aber das war ganz sicher bald gespielt. Ja. Meine. Traumhaft. Diese D. Der, der, wie grätscht der ohne Spaß? Ich treffe da nicht mal die Spiele. Sehr high. Oh. Nein. Nein. Zu früh. Zu früh. Oh nein. Hat mich's doch noch geschafft. Das war jetzt total unnötig. Der war mir im Weg. Er war mir im Weg. Ich schüri stehe keinen Meter daneben. Ja, ich dachte, der Schiedsrichter sieht das nicht. Ja. Oh. Das war mal wirklich eine starke Parade. Starke Parade. Das wird jetzt wunderschön. Das wird jetzt wunderschön. Achtung. Und Routes. Deiner. Weiter, weiter, weiter. Dann wäre das nichts. Du ziehst von da aus ab. Scheiße. Das wäre ja mal was. Ach. Ja. Das war nichts. Äh, kacke. Ja. Also, es liegt eindeutig an den Bayern. Ich kann mit ihnen einfach nicht spielen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also, ich schieße trotzdem. Ja, ich glaube so. So, Tor. Der war sogar drin. Er ist mega alt. Komm, freut sich über jedes Tor. Ey, jetzt wenigstens ein Anschluss. Warte, 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 warte. Ich muss drin sein. Ja, schön. Der Anschluss wäre besser noch nicht mal. Der Ehrentreffer war es vorher. Wie ein weiterer. Anschluss wäre 4-3, aber naja, gut. 4-1. 4-1. Ja. Okay, ähm. Ja, das lieb. Ich würde vorschlagen, wir machen das Champions League Finale. Das Madri-Lenen-Duell. Ja. Ich bin real. Ich bin auf jeden Fall real. Wir sind auf jeden Fall real. Alter, alter. Hä? Jetzt habe ich hier auf der linken Seite gar nichts verändert. Und das kracht mir nun aber ein. Ich bin vielmehr. Ich bin fast rifだから nicht. Ich bin sicher. Ich bin four근 solar. Ich bin fast Jesse.